Also hat das so wahnsinnig lustig aufgelöst. Ich liebe dich dafür, Björn. Das ist ja auch, warum Amira dich so nicht. Wir werden so aus, wie gesagt, aus dem Alltag rauskriegen. Ja, ja, ja. Komm zum Punkt, Mann. Was ganz konkret ist, was vielleicht gerade eben passiert ist. Ja, ja. Oder für einen Menschen, den wir gerade getroffen haben. Ah, wen hast du gerade getroffen? Wir sind besser drauf. Und weiter geht's. Also eine kleine Erinnerung an Dankbarkeit. Weil ihr wisst ja nicht, der glückliche Mensch wird dankbar. Der dankbare Mensch, der wird glücklich. Das kenne ich doch noch von früher. Also hast du doch damals deine Frau kennengelernt. Den Gag kenne ich doch noch. Hier von den Bücherempfehlungen. Ich wusste einfach voll mit schönen Zitaten. Also ein weiteres, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist nicht der glückliche Mensch wird dankbar, sondern der dankbare Mensch wird glücklich. Prozent geklaut. Das wissen wir ja. Denn das gibt es ja schon von so vielen Glückskeks-Gurus, wie zum Beispiel hier.